Hey, hey hallo da und willkommen zurück zu Let's Play Dishonored für den PC im letzten... Oh Gott, was ist das denn? Oh Gott, was ist das denn? Ah, äh, im letzten Part sind wir hier ein bisschen rumgelaufen bei der Caldron-Brücke und ähm... Ja, hier könnten durchaus diverse Probleme herrschen. So, jetzt kann hier keiner mehr Alarm auslösen, das finde ich eine gute Sache. Haben wir mal ein Kabelwerkzeug benutzt, kann man ja auch mal machen. Ähm, das speichere ich auch direkt ab und da müssen wir erstmal gucken, wie geht es jetzt weiter, was machen wir jetzt? Also Kaiserlicher Arzt ist klar, wir wollen zu Sokolov, Sokolov übrigens, Sokolov-Elixir-Arzt. So. Das hier nehme ich noch mit, weil das wahrscheinlich wieder für irgend so ein Blitzturm ist. Äh. Und hier ist noch so ein Alarm-Ding. Das machen wir mal auch ganz schnell aus. Und hier ist noch so eine Wache, die machen wir einfach mal ganz schnell aus. Ich würde dir den Bewusstlosen hier ganz gern wenigstens irgendwo hinlegen, wo man ihn nicht findet. Damit man ihn nicht findet. Versteht ihr, damit man ihn nicht findet. So. Wir fassen uns jetzt einfach mal ganz vorsichtig hier hoch. Ich könnte mich einfach so rüber teleportieren. Aber ich glaube, ich bin auch ganz zufrieden, wenn ich hier hochgehe. Oh Gott, das ist mir schon wieder viel zu viel Stress hier direkt wieder abspeichern. Meine Fresse. Ähm. Aha. 90. 900. 900? Cool. Oh Gott, ich muss glaube ich schon wieder niesen. Ich versuche mir das jetzt einfach mal kurz zu verdrücken. Oh, aber das ist echt nicht cool. Wenn ich wieder niesen muss, dann muss ich halt mal kurz niesen. Oh mein Gott. Das war eventuell knapp. Hm. Das ist gefährlich hier. Ich habe Angst, dass mich hier jemand sehen könnte. Ah, da oben muss ich hoch. Da muss ich hoch. Ah. Okay, ich habe den Scheinwerfer ausgemacht. Das heißt, äh, Samuel kann jetzt am Ende hier locker hinkommen. Locker easy. Oh, da hinten ist Sokolovs Haus. Da will ich hin. Oder was heißt wilde? Da muss ich hin. Ah, das läuft bisher ganz gut. Gut, ich wurde zweit schon mal so von diesem Wahnsinnigen da entdeckt und so. Das ist jetzt nicht so cool gelaufen. Aber... Moment mal. Das war cool. Aber nicht unbedingt so, wie ich es haben wollte. Nein. Tschüss. Nee, hier will ich auch nicht hin. Ach, meine Fresse, Mensch. Leute. Mensch, Korbo. Warum ich immer mit dir dienst? Nein, das ist nicht so, wie ich es habe. Ah, Gott, da ist man einmal kurz ruhig und konzentriert sich und dann direkt von hinten so. Ist da jemand? Ist da jemand? Da kriegt man auch manchmal echt. A, I, D, S, H, I, V. Okay, wie kommen wir da jetzt am sichersten rüber? Wie? Da bin ich erstaunlich gut entkommen. Okay, der Typ ist nur da drüben. Wie schaut es eigentlich aus mit Stuff? Gar nicht mehr. Kurzer Cut. So, da muss ich kurz mal sicher gehen, dass hier alles in Ordnung ist. Ich muss jetzt ganz vorsichtig sein. Ich darf jetzt hier nicht mehr entdeckt werden, ne? Wieso? Wo kommt ihr her? Wieso seid ihr da drin? Wieso steht ihr zu zweit in dieser hässlichen... Bin ich jetzt wieder... Sag mir jetzt nicht, ich habe da unten nicht gespeichert. Ich hasse mein Leben. Hey, ne Notiz, nicht? Warum ist hier alles voller Wachen? Und niemand wird entdeckt, nur ich natürlich. Äh, und da sind einfach... Fotzköpfe. Warum sind da einfach Fotzköpfe? Ausgerechnet in dem Haus, was ich so schön hier... Als Umgang nehmen wollte. Als Umgehung meine ich nicht, als Umgang. Okay, hallo, Sokolofshaus. Ich bin da. Was? Mikrof, wat? Stand da? Mikrof, rrrr, 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 rrrr. Hab's nicht gelesen. So. Ähm. Spontan keine Wachen, aber... Aber spontan eine Rune. Dann ist noch ein Knochen-Atefakt. Da hast du doch das Haus. Da ist ein Knochen-Atefakt. Ähm. Eine Rune muss es noch geben. Vielleicht hab ich auch eine verpasst schon. Ich weiß es nicht. Je ne sais pas. Äh. Äh. Okay. Gut, äh, dann können wir weitergehen. Können wir einfach weitergehen. So. Durch die 100.000 Katzen-Unterbrechungen, die ich jetzt schon machen musste, hab ich gerade null Zeitgefühl mehr für den Part. Also ich könnte jetzt nicht sagen, wie lang der Part so ungefähr ist. Ich würde jetzt sagen, der ist schon so zwölf Minuten lang oder so. Vielleicht ist er jetzt drei Minuten lang. Ich hab wirklich irgendwie komplettes Gefühl jetzt verloren. Ist ja alles voller Wachen. Okay, mal schauen. Da hinten muss ich hin. Da komm ich nicht so hin. Gehen wir erstmal kurz hier unten lang. Hier sind wir erstmal sicher. Zumindest scheint's so. Wo sind wir denn hier? Ach, hier ist eine Tür. Gut, an der Seite komm ich nicht vorbei. Ich muss da rüber. Und da den Wal-Tank, Wal-Öl-Tank rausnehmen. Jetzt muss ich kurz mal ein bisschen ruhig sein, mich konzentrieren. Jetzt darf ich hier mal eben wirklich nichts verkacken. Okay, ich speichere hier erstmal schnell ab. Das ist wichtig jetzt. Will ich da oben noch hin? Das ist ein Knochenadefakt, oder? Hier bin ich erstmal sicher, weil die gehen nicht durch die Lichtschranke. Die denken ja dies an. Das war hier auch nicht mehr andersrum gekommen, ey. Oder hier ist keiner mehr. Nur Leichen im Keller, na toll. Gut, dann können wir uns hier gechillt umschauen. Ich werde trotzdem nochmal speichern. Und da unten wird gerade nach Hilfe gerufen. Okay, da können wir durchaus mal jemanden helfen. Machen wir gleich mal. Aber erstmal gucken wir uns hier rum. Ein bisschen Loot kann nicht schaden. Die Leute können warten. Also sehe ich so. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht. Schreibt es jetzt in die Kommentare. Hier oben ist es wahrscheinlich nicht. Ja, 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 hu. Uh, ha, 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 guck. Geld. Brauche ich nicht unbedingt, weil ich... Also so wie ich spielen werde oder spielen will, ähm... Brauche ich eigentlich keine weiteren Upgrades mehr. Generell. Ich meine klar, so ein paar mehr Betäubungsbolzen wären nicht schlecht. Oder eben mehr Sprungkraft. Hier apropos, da könnte ich nochmal nachgucken. Ich habe ja auch neue Knochnadelfakte hier. Willkommener Gast, du kannst weiße Rattenlinge beherrschen. schön. Ähm, Ziele... Ach, das war Sokolov! Ich hatte überhaupt nicht mehr in Erinnerung, wie der auch sah. Okay, hier, Beweglichkeit, gesamte Bewegungsgeschwindigkeit erhöht sich. Ja, mehr brauche ich eigentlich echt nicht. Ich kann noch so einen Scheiß hier kaufen, brauche ich aber wirklich nicht. Ich weiß, es gibt noch irgendwie einen Erfolg, beziehungsweise eine Trophäe, Chiefment, was auch immer, dafür, sich an Verbesserungen nur wirklich diese Zauber zu kaufen, aber... Tja. Also nicht so etwas wie Gesundheit und Beweglichkeit Verbesserung, aber du wirst jetzt ein bisschen zu spät. Um die Ratten. Ja, komm mal her, Ratten! Moment, wie wär's einfach mit... Ja, BOOM! Oh, hi. Kein Problem. Ich dachte, ich wär sicher, aber da waren Ratten. Zu viele Ratten. Das ganze Lagehaus verseucht. Ja. Ich weiß, dass manche Leute nicht an sowas glauben, aber ich schwöre, die Ratten kamen, nachdem ein Mann hier durchgegangen ist und ein Amulett umhergeschwenkt hat. Es sah aus wie aus Knochen. Aber jetzt ist der Tod, so wie alle anderen von hier. Unmöglich! Das war wahrscheinlich der da hinten. Tja. Aber deinen Knochenartefakt hab ich jetzt. Haha. Und was bringt es, wenn du Ratten tötest, steigt dein Adrenalin ein wenig an. Oh. Haha. Tja, aber diese ganzen Knochenartefakte brauch ich eigentlich gar nicht. Danke, dass mein Doppelsprung einmal im Leben nicht funktioniert. so. Ich habe fertig. Ich möchte bitte gehen. Danke. Ah, da ist er. Sockorloff. Das Sammel von Ruhn ist essentiell. Ja, das hab ich mir gedacht. So. Ähm. Hier. Das ist der Teil, wo ich damals glaube nicht unentdeckt durchgekommen bin. Wenn ich das richtig in Erinnerung hab. Ah, wer weiß schon, was ich richtig in Erinnerung hab. Ich werde jetzt gleich auch erst mal cutten müssen. Ähm. Der Part ist wahrscheinlich sowieso lang genug. Komm schon, du kannst dich doch hier bestimmt irgendwie durchbangen. komm. Komm schon. Ich kenne Videospiele doch inzwischen. Ach, fick dich, Leben. Machen wir das halt von der anderen Seite. Huuu. So. Danke. Und es fehlt auch nur noch eine Rune. Die wird dann hier wahrscheinlich auch auf dieser Map sein. Ja, da hinten ist die letzte Rune. Ach, das ist oben in diesem Garten. Ähm. Ich meine, mhm, okay. Es dauert etwas länger, bis die Wirkung des Adrenalins ab-irgendwas. So. Oh, ich bin wieder hier. Ich würde jetzt allerdings erst mal sagen, dass ich hier den Part jetzt cutte. Im nächsten Part gehen wir dann in Sokolovs Haus. Da hinten. Holen uns da irgendwo noch Stuff. Ich glaube, da liegt auch irgendwo noch ein Tresor. Ich bin mir nicht sicher. Und ja, dann sehen wir uns hier beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Und ciao. Tschau. Schau. Tschau.